Aus Sicht aufs Airfield, Alter. Ja. Aber ich treff... Also, die M4, ne? Ich hab auf 200 Meter eingestellt und weiter wird's nicht sein. Die Kugeln, ne? Schlagen neben dem Zombie ein. Daneben. Obwohl ich mit dem Reddort drauf bin. Und ich hab schon eine rechte Maustaste. Boah, hast du den denn gesehen? Wie hast du den gesehen? Der war tot. Zombie, oder was? Wer ist denn unten im Gefängnis drin? Ich, ich, ich. Ich hab ne Morphin-Dings gefunden. Hab ich ja auch. Eins einstecken, Morphin. Ja, wir brechen uns die Beine. Und ich hab Stöcke einstecken. Ja, faked. Ich hab auch Stöcke. Marin, spring mal irgendwo runter. Ich hab auch Stöcke. Er sich freut. So, ich bin jetzt am Airfield, ne? Da steht auch noch ein Zombie. Ich glaub, er zum Tower macht ein M4. Achtung, schießt jemand! Wer hat geschossen? Ich nicht. Wer war das? Wer hat geschossen? Achtung. Ich, ich komm zu euch aufs Server. Ich bin hinter der Mauer, hinterm Gefängnis. Es hat jemand geschossen, auf jeden Fall. Okay, ich freu dich. Ja, ja, ja. Neue Regel, wir schießen nicht mal auf dem Airfield, wenn da keine Gegner sind. Doch. Von wie war das? Das kam von der anderen Seite. Das kam nicht. Das kam. Oh, da ist sowas gerammelt voll, ne? Also ich komm jetzt gleich. Das kam nicht vom, also Feuerwehrstation ist clear. Hä? Das kam von der anderen Seite. Quatsch. Quatsch. Achtung. Der, der Schuss ist fast, der, der Schuss ist niemandem vorbei. Ihr seid, ihr seid beide, ihr seid alle im Haus? Nein. Wir sind links von dem, von dem Gefängnis. Links von dem Gefängnis. Auf. Ja, ja, dann seh ich euch. Er wollte euch schon umknallen. Also du bist schon drin? Ich lauf wieder zurück. Ich lauf wieder zurück. Easy? Guck, vorm Gefängnis. Drinnen könntest du gucken. Ja, ich geh auch wieder rein, ich geh auch wieder rein ins Gefängnis. Ich hab nicht geschossen. Ich bin im Gefängnis, easy. Okay. Das könnte von der anderen Seite gewesen sein. Ander gleich gucken, weil ich muss warten, bis bei euch einen Platz frei ist. Es sind 40 von 40. Oh, es kommt ein Zombie hier irgendwo. Ich schau uns die ganze Zeit. Ah, wo kommt der Schuss? Ich gucke rüber. Ich gucke hier rüber auf den Tower. Auf den Tower kann ich gucken und die könnten uns... Ja, Tower ist keiner. Aber hier ist ein Zombie. Wenn der gleich weg ist, dann haben wir ein Problem. Und das liegt jemand dort? Aber nee, es kann eigentlich nicht sein. Kaum Tower sehe ich keinen. Aber es hat wirklich definitiv wieder wer geschossen. Ja, natürlich. Ja, das hab ich sogar gehört. Äh, Nils, wo bist... Äh, du bist durch die Wand gelaufen. Du bist so nah an der Mauer. Du. Ihr sollt nicht an die Mauern gehen. Du bist so nah dran, du warst schon durch wieder. Der sieht er dann von gegenüber. Pass auch mal an. Ich bin noch gar nicht so vorher am Server. Achso, okay. Äh, der könnte doch da... Ja, da kann man sich so sehen. Hm. Ihr wollt... Wollt ihr nicht wieder rauskommen und... und... nach hinten irgendwie wieder rauskommen? Ich bin noch draußen. Ich bin ja gerade in dem Gefängnis, guck aus dem Fenster, aber ich seh da drüben gar keinen. Ich guck am maximal zoomen, ich seh keinen. Ich hab mal einen Lockhart. Oh, das kam von der linken Seite an Hangars. Ja, guck mal nochmal zu... Nee, der hätte mich aber nicht gesehen. Da war ja Feuerwehrstation. Doch, von der Feuerwehrstation vom Dach sieht er dich. Da ist aber keiner, da ist keiner. Ja, da ist keiner. Ich geb mal einen Warnschuss. Nein! Nils, du brauchst dich direkt ausrasten, Alter. Da sind alle ausgerastet. Ja, eben. Ja, nee. Geil. Jungs, ganz in Ruhe. Der wird uns schon finden. Ey, wo kommt der Schuss? Oder der Schuss kommt von rechts irgendwo. Das kann doch auch sein. Das seh ich nix. Auf der rechten Seite stehen hinten Zombies, Mitte vom Airfield. Weil hinter uns ist ja der... Die nächste Baracke ist aber offen. Easy, wo sch... Was? Die nächste Baracke ist offen? Hier kein Spüler. Der Easy war doch schon ein bisschen weiter im Wald. Ich spring immer noch hinterm Gefängnis hinter euch. Ja, eben. Der Easy hätte ihn gesehen. Ja, der kann noch... Der kann noch gegenüber sein. Ich glaube, zur Feuerwehr. Ich seh da halt keinen, also, oder? Ich komm mit dann, Erik. Wenn jetzt ein Platz frei... Äh... Wer das will... Wo bist denn du, Nils, Wenn? Ich steh, äh... Und wenn ihr von der Feuerwehrstation guckt, könnt ihr ja links... Da ist ja so ein Hügel. Da sind die Schembratanen, ne? Ja. Da lieg ich. Also, da steh ich im Busch. In den Baracken ist keiner... Also, bist du schon an den, äh... Anderen Baracken hinten vorbeigelaufen? Nee, ich steh auf nem Hügel. Das einzigste, wo der wirklich sein könnte, ist... Wenn man andere Seite zum... Wenn man über zuerst drüber guckt, ne? Man liegt da hinten, äh... Vor den Mauern so ein Stein, so ein großer, schwarzer Stein. Das ist der eins... Der nicht... Ich glaub, wie? Ständig. Der kommt wieder runter. Ich guck da runter. Die Schüsse, die waren aber ziemlich nah, ne? Ja, der ist schnell an mir vorbeigeflogen. Ich konnte richtig laut hören. Du sagst... Weil, äh... Ich hab's ja auch gehört. Aus der Waffe, die Schuss, die konnte man ja nicht laut hören. Bis jetzt raus, man? Nö, ja. Ja, ja, ich geh raus. Ich geh hinter, wo Izi ist, in den Wald rein. Ich geh jetzt hinter der Feuerwache. Wollen wir zur Feuerwache laufen? Ja, komm, auf zur Feuerwache. Dann laufen wir zur Feuerwache. Ja, lauft immer Feuerwache an die Wand. Da ist immer auch dieser Zombie. Wenn der von mir weg ist, ist es nicht zufrieden. Ja, ja, ich bin direkt hier. Wir müssen hin. Und sie an der Wand, der jetzt... Wenn jetzt uns immer noch schießt, dann... Also, der kann nur aus dem Winkel von der Feuerwache... Das könnten die von EST sein, weil die haben Verbindungsprobleme. Die joinen gerade rein und wieder raus. Ja, aber wenn die Probleme haben, schießen die nicht einfach. Wollen wir mal reingehen, mal gucken, ob hier jemand drin ist? Pass auf, läuft nicht zu weit rum, da vorne ist ein Zombie um die Ecke. Der geht gerade rein, ja? Vorn ist die Tür offen, müssen wir aufpassen. Oh, dort liegt ein Medi-Cat. Ja, guck mal rein, wegen Saline. Pass auf, dass ich es gar nicht sieht. Wir stehen Zombie, Achtung. Sie bleibt aber stehen hin, oder? Ja, ich bin immer noch hier. Deck die Rückseite. Von der Feuerwache. Ich guck direkt jetzt rein in den Turm, in den ACT, weil die Tür offen ist, aber sehe ich niemanden. Bist du weitergelaufen, Manuel? Ich glaube, wir sind vorne an der Ecke stehen, weil ich sehe von der Ecke aus, äh, Hangar hinten, alles, weißt du? Ja, ich weiß, ich weiß. Ich sehe den ganzen, das ganze Feld. Da in einem Knick, ne? Ja. Mach ja, in einem Knick die Mauer gleich. Tja, dieser Zombie, der steht da immer noch. Ich bin, äh, im ACT ist keiner. Ist doch schön. User, join your channel. Hi, Robin. So, Leute, mein Ende, das ist jetzt wieder verrückt. Ey, hier ist gerade total eine Katastrophe. Hier ist gerade Action auf mich, wurde geschossen mit, na, ich schätze mal Mosin. Aber wir sehen gegen noch nicht. Also wir sind am Airfield, am Feuerwehr-Dings, ne? Hinter dem Feuerwehr-Turm ist nicht ganz so, so, katastrophal, wie es sich anhört. Ne, ist nix weiter eigentlich, aber wir sehen den Spielen. Wir haben schon, wir haben schon coolere Sachen erlebt. Das ist ein Toter. Komm, wie gehört? Kommt der Zombie? Ne, ne, da steht noch. Ich guck bloß Korb. Sonst ist irgendwer angeschlossen worden. Gestorben. Ich geh jetzt wieder hinten raus. Ne, wir leben noch relativ lange, jetzt, Korb. Ne! Ja, ich sehe dich. Ich hab keine Beine gebrochen. Ja, wo gehen wir jetzt? Marvin. Ja? Was ist mit mir? Ich würd sagen, los, wieder zurück, rüber, Serverwechsel nochmal. Ihr seid hier... Serverwechsel? Ja, auf jeden Fall. Hier wird da bestimmt gleich einer kommen, oder? Beim 40-Mann-Server. Äh, wie kommt denn der Zombie jetzt hinter die Feuerwehrstation? Was? Wo? Ja, dann hat er bestimmt Erik und Marvin gesehen. Ich sehe den, ja. Ja, wir sind kein Zombie. Ne, Erik und Marvin kommen da ran. Ja, eben. Dann aus wie Zombies. Ey, Leute, ich muss mich verwechseln, ne? Alle, jetzt ist ein fetter Clan drauf. Ja. Alle checken das, nur ich immer nicht, ey. Robin, warum gehst du drauf? Nils kamen grad die ganze Zeit nicht drauf. Robin, komm. Wie? Ja, ich bin grad drauf. Bei Säcke hab ich gepennt, ich sollte weniger diese Spiel spielen, wo man sich gerne läuft. Ich schieße grad kurz. Auf wen? Soll das aber ganz schön nah. Kann das sein. Ja, ist doch mal okay. Wen schießt du denn? Ich bin von mir. Der ist am ersten Anger. Mach wieder zu schießen. Ah, ich seh, ich seh da irgendwen. Ja, da bin ich, das bin ich da, finde ich. Ey, ist das ne Winz, oder was? Ich hab grad Leute hiervorher standen grad ein Spieler bei mir oder ein Zombie. Da darfst du ihn ganz schnell wieder weg. Oh, so armer, Mann. Das war die Mose. Wer hat ihn jetzt erschossen? Wer hat ihn jetzt erschossen? Stopp, wieder ich. Hast du das gewesen? Ja. Das war auch da vier. Das ist ja mal im Turm, oder? Da läuft ja mal ein Turm hoch. Seh'n man den Turm. Im Feuerwehrturm. War der doch da. Da ist ja mal den Feuerwehrturm. Ich hab doch grad jemand bewegen sehen. Doch, seh'n man. Der guckt zu mir, weil er mich schießen gehört hat. Mein Tod, mein Tod. Der ist im Feuerwehrturm, aber nicht ganz oben. Ich seh'n. Ich lenke ihn ab, ich renne rüber. Ich renne. Wo ist der denn? Im Feuerwehrturm. Guckt er zu mir, guckt er zu mir. Achtung, wer schießt? Wir schießen. Er guckt zu mir, er guckt zu mir. Nein, nicht ganz oben. Nein, ich seh'n. Ich würd' gerade schießen. Wie ist denn der dort jetzt hingekommen? Achtung. Er ist tot. Los, Abmarsch. Rein, rein, rein. Vielleicht mal der, der euch gesehen hat. Zombie kommt da rein. Achtung. Soll ich erschießen? Machst du gut. Wenn ein Treffen würdest. Alter, aus der Entfernung, weißt du? Ey, was ist denn das für eine scheiß Waffe? Ey, wo kam der Spieler jetzt bitte her? Ist der dort gespawnt? Er ist da eingeloggt. Ah, es ist ein Platz frei. Jetzt auf an 9000, Mann. Ich weiß ja trotzdem auch nicht, dass der ganze Clan sich jetzt hier einloggt. Achtung, wer schießt? Ich. Wir sind noch drei Zombies drin. Nice ja. Da hättet ihr die angeloggt alle. Ich geh mal weiter rechts rüber. Position wechsel. Ich bleib mal lieber draußen. Wer ist denn jetzt hier noch bei mir? Ja, dann Martin. Ich will den Turm hoch. Ey, Alter. Ja, dann lauf hoch. Nur einer, weil dann fällt hier wieder einer runter. Wo die sind. Wo? Irgendwo hinten bei mir. Bei den Arten, ne? Ich hab mich mitgeschossen. Ich bin schon am Bluten, Alter. Was bist du? Du bist noch auf der anderen Seite vom R4, oder? Links, links, links. Von den Hangars aus links, ich bin tot. Ich hab schon keinen Bock mehr. Ach du Scheiße, ich geh hinter die Mauer. Hangars links? Ich geh hinter die Mauer wieder. Ich hab keinen Bock mehr. Hangars links. Aber auf unserer Seite, ne? Dann bist du aber auf einer öffentlichen Seite, oder irgendwo auf dem Feld auflang gegangen. Ich bin in einem Baum gespawnt und wurde sofort angeschossen. Im Wald hinten drin? Nein, wenn ihr von den Hangars aus geradeaus guckt. Dann dreht ihr euch nach links. Seid ihr noch hinter der Mauer? Und links ist ein Hügel. Und auf dem Hügel stehen so ein paar einzelne Bäume. Und von da wurde ich erschossen. Ich lauf jetzt in die Richtung. Jungs, kann wer mitkommen? Hangar zu mir und so. Ich bin hinter dem Hangar. Ich lauf jetzt hinter die Hangar lang. Dann lauf ich hinter der Mauer lang. Warum das? Ja, weiß ich nicht. Ich bin auch hinter der Hangar. Ich hab noch ganz schnell ein bisschen was zu essen. Der steht neben mir, ich bin tot. Wo jetzt genau nochmal? Lauf zum ersten Hangar. Also auf der anderen Seite oder auf unserer Seite jetzt? Erster Hangar. Der letzte Hangar aus Richtung Feuerwehrstation. Ich hab schon keinen Bock mehr. Ich muss ein bisschen aufpassen jetzt hier schon. Der stand direkt neben mir, der hat mich gerade gelootet, der hat mich totgeschlossen. Oder totgehauen mit der Axt. Also ich lauf jetzt in den Wald, wo ihr das Gefecht gestern hattet. Da? Ah, okay. Da brauchst du nicht reingehen, die sind ganz anders. Ja, die sind aber doch hinter dem ersten Hangar da irgendwo da hinten, oder? Ja, links, links an der Hand, da ist so ein Hügel, die ist auch nicht übersehen. Ich muss Richtung Erfield gucken und dann ist da links ein Hügel. Ja, ja, klar, in die Richtung mach ich nicht hier auf. Robin, guck auf die Baratzen dahinten, ne? Ich bin jetzt in dem Wald, wo ihr gestern das Gefecht habt. Ich bin schon am ersten Hangar direkt an der Ecke. Ich bin jetzt auf unserer Seite oder auf der gegenüberliegen. Manuel, soll ich zu dir kommen? Links so, aber auf der Kopfseite fast schon. Ja, bitte, natürlich. Ich bin jetzt zwischen dritter Hangar und laufe. Ich bin hinter dem ersten Hangar an der Mauer. Ich bin schon hinter dem ersten Hangar vorbei, aber unten im Wald. Ich komme hochgelaufen. Manuel, wo bist du? Im ersten Hangar. Am ersten Hangar, immer noch, hinter dem ersten Hangar. Ach, dort, der Seestech. Ich bin immer der, der ganz vorne sitzt. Wir sind schon ein Stück weiter, aber hinter der Mauer. Ich bin hinter dir, Mauer. Ich weiß aber immer noch, welchen Hügel ihr meint. Da, wo ich jetzt hingucke gerade. Da sind die Hügel und da ist es. Ja, ich sehe dich ja nicht. Ich sehe keinen Spieler, weil hier sind die Bäume im Weg. Du warst schon auf dem Hügel auf unserer Seite, ne? Fast rüber vom Airfield, oder? Ja, links. Ja, ja, okay. So ein Tolga, oder wie auch immer man das nennt. Ja, Tolga, Tolga, ja. Tolga. Äh, scheiße, ey, ich krieg schon wieder Aggression. Marvin? Ja? Affen, nachladen bitte komplett. Ich, ähm, hier sind 39 für 40 Schuss drin. Ich laufe jetzt erstmal nach Story, Star, Star Dingens. Ich weiß Bescheid. Was? Ah, jetzt lege ich mich hin. Verdammt. Zombie gehört. Ja. Geh nicht so nah in dem Hangar dran, ne? Okay. Habt ihr gelb? Nein. Nee. Okay. Ja, hat gelb, dann geht's grilllos. So, ich, ich gehe auf den Server, sehe ich schwarz und bin tot. Was, warst du nicht vorher schon auf unserem Server? Nee, ich bin hochgelaufen, habe mich ausgelockt in der Tanne. Bin auf euren Servern, wurde sofort umgeschossen. Oh, das ist das Magazin jetzt denn, was hier lag. Scheiße. Ich hab er leckt. Hm. Wo seid ihr jetzt? Wir brauchen eure Standpunkte. Ich bin noch hinter der Mauer, aber schon im Wald, wenn du weiter vom ersten Hangar guckst, hinter dem... Du laufst so weit, wenn du hinter der Baracke... Ich bin doch schon hinter der Baracke, oder bin ich auch... Ja, dann guckt nach rechts und da seht ihr so einen kleinen Berg und da müssen die sein. Ja, genau, da gucke ich ja hin, aber sehe ich keinen. Also ich bin schon, ich bin schon ziemlich weit, bevor ich schließe, die Frage eben. Okay. Ähm, ich würde auch warten. Marvin, bist du ready? Ja. Ja, stell dich hin. Ja. So, nachgeladen hast du alles? Wir gehen noch ein Stück nach links vielleicht. Noch ein kleines Stück. Und jetzt? Ja, jetzt machst du folgendes. Jetzt gehst du auf jeden Fall mit der Waffe in den Anschlag. Ja. Okay. Weil hier vorne ist der Berg auch gleich schon von hier vorne links, da können sie nämlich auch... Wir machen jetzt Harakiri. Lauf mir nach. Nein! Komm jetzt! Der Marvin. Wirklich? Nein! Komm jetzt, komm, 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 komm. Fünf Meter neben mir bleiben, links oder rechts. Lauf links von mir, dann bin ich in der... Ich bin dichter am Gegner. So, ich bin jetzt gleich an der Mauer. Lauf, lauf, lauf. Ich bin an der Mauer jetzt. Ganz weit vorne, wahrscheinlich. Irgendwo. Ganz weit vorne, ja. Dann umlauft die von hinten, genau. Ja, wir... Nee, wir sind noch nicht so weit. Ich bin ganz weit vorne. Am Ende des Airfields, wenn ich schon... Okay, okay. Ja, da sind wir auch jetzt am Ende des Airfields. Achso, ne, ganz am Ende nicht. Einfach nur stehen bleiben, stehen bleiben und schreien. Nein, stehen bleiben und schießen und nicht schreien. Ich guck mal lieber in die andere Richtung, dass die jetzt irgendwo... Ich seh keinen. Ich drück schon mal mein Headset leiser, ne? Nee. Ich seh keinen, ich seh keinen, ich seh keinen. Ich geh jetzt hier an die Tanne, ich seh keinen. Robin ist noch weitergelaufen. Robin, bist du an der Straße schon? Nee, ich bin... Ja, und an der Feldweg, ja. Ist der Rügel bewaldet? Ja, ne? Bisschen, ja. Bisschen. Okay, weiter, weiter. Ganz, ganz wenig. Also da stehen ein paar einzelne Tannen, aber sonst nichts. Ja, aber ich stehe dort keinen einzigen Spieler. Ich bin gespawnt aus der Tanne raus und wurde von links oder von rechts umgeknallt. Nein. Robin, kurz, stopp, kurz, stopp. Willst du? Vielleicht sind die auf die andere Seite. Ich bin jetzt links von dir. Aber ich suche halt Nils seine Leiche. Entweder der mich versteht. Ich seh sie. Da oben liegt die doch. Ja, genau. Aber mitten auf dem freien Feld. Ich war gerade unterwegs in dem Busch. Ich wurde angeschossen von hinten und bin losgelaufen. Wer schießt um? Ich werde angeschossen. Von wo? Ich bin an Kansas. Ja, okay. Ich bin ganz nah. Oh, ich weiß nicht. Ist von einem Hügel. Ich habe den Schuss gehört. Ich bin doch auch in den Leichen. Ganz ruhig. Ich kann nicht. Ganz ruhig. Ich kann nicht wieder belegen. Ich habe mich nicht gesehen. Bandagiere mich erst mal. Ich blute. Ja. Mach ich aber erst. Wenn du mir kurz sagst, ungefähr welche Richtung. Nur grob. Kügel. Da, wo ich gestorben. Von der Richtung. Die hintermüssen liegen. Die liegen hinter rechts. Rechts, links, in den Tannen, ganz oben. In den Tannen. Ähm. Bist du gerade an dem Tor, Robin? Ja, an dem blauen Tor. Ja, dann habe ich dich gesehen. Wo kommen... Bist du am blauen Tor? Ich bin weiter oben. Guck mal. Ich sehe mich gar nicht. Ich stehe mal auf. Ah, jetzt sehe ich dich hier. Scheiße. Achtung. Ich höre es, ich höre es. Das kam von... Das kam... Dort läuft jemand hier vorne. Hier läuft doch jemand im Wald. An der Straße. In der Hocke ist. Bin ich. Du bist an der... Ah, okay. Sind die da im Wald oder oben auf dem Hügel? Die sind oben auf dem Hügel. Die schneiden heute. Ah, ihr seid ja schon im Wald, hier vorne. Ich war gerade bei dir, Marvin. Ich kann auch nicht bei dir ran. Ich schieße doch nicht. Okay, ich komme jetzt von hinten in den Hügel hoch. Oh, genau. Solange du ohnmächtig bist du da. Wo denn im Hügel? Also, dort läuft der Ding. Ja, eigentlich direkt von hinten. Und hier, ich rob jetzt mal. Ich glaube, ich bist so. Nicht, dass unser Easy auch noch tot geht. Scheiße. Boah, schnell, schnell. Ich muss mal kurz das Bild auf You-O-Men anstellen. Wir haben uns gestern so schön ausgerüstet. Ich brauche meine Mosin. Meine Mosin. Kannst du sagen, wie viel das waren? Einer ist gesetzt. Einer auf jeden Fall mit Mosin. Oh, ich bin... Wer hat mich wiederbelebt? Keiner? Dann bist du einfach nur geschockt. Du bist selber erwacht. Da. Und schon wieder unmächtig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Das war schon mal gut, dass du vorbekannt hast. Ich wurde mir angeschossen. Ich muss mich erst mal negieren. Ja, ja. Da kam ein Schuss. Mit der SKS oder Mosin. Ich hab kein Gehört jetzt. Mosin doch ist wieder auf dem gleichen. Ja, wo ist der? Der guckt direkt hier im Busch. Easy oder so. Und Erik, wenn ihr ganz links rumlauft, ihr könnt direkt hinter den Land laufen. Ich bin jetzt oben am Lied. Ich weiß, glaube ich, warum. Ich laufe hinter die Mauern, laufe jetzt auch dort rum. Lauft links rum, weil die gucken nur auf mich und Marvin. Ich bin am Robben. Also nicht auf jemanden schließen. Ja, dann sehen die mich aber nicht. Auf die kurze Distanz bleibt doch das Gras da. Dann sehen die dich gar nicht. Liegt dort vielleicht jemand? Warte mal kurz. Das sehe ich nicht. Das Server lag. Ich hab schon meine Bandage schon vor einer Minute gedroppt. Wo sind die? Warum droppst du die? Ja, weil ich muss ans Mediket dran. Ach so. Mach mal eh ins Korb. Himm doch meine Bandage aus mir raus. Ich will nicht so dicht rangehen bei dir. Warte mal. Dort geht doch die Straße hoch an dem Hügel, ne? Ja. Und ist das Nils davon? Wo der ist, der Spieler, oder? Marvin, bist du tot? Ne, ich bin immer noch an Kanges. Dort liegt jemand. Also, Robin, du bist genau in der Mitte da gespawnt. Wo so eine kleine Steinmauer ist auch. Ich bin jetzt... Ach, ne, ich mein Nils. Ich bin... Guck mal, das ist ja dieser Hügel. Und das ist eine Tanne, ne? Ja. Und ich stand in dieser Tanne und bin tot umgefallen. Also konntest du mich sehen, ob da so... Marvin, Marvin, mach dich bereit. Auf dem Feld ist der tote Nils. Ich bin jetzt oben. Dann bin ich jetzt runtergerollt. Ne, ne. Warum hast du das komplett? Ja. Hast du Farbe? Ich bin immer noch an Kanges. Oh, ne, auf mich wird geschossen. Achtung, ich bin hinter der Mauer und auf mich wird geschossen. Kontraproduktiv. Ich bin gleich tot. Wo stehst du denn hinter der Mauer? Ich bin ohmächtig. Oh, oh, oh. Hinter der Mauer? Hinter der Mauer, ohmächtig. Scheiße. Wie kannst du denn... Oh, ich seh... Ich seh einen. Nein, nochmal. Wann schießt ihn oben? Grün Rucksack hat der Typ. Fuck. Ich bin auch noch hinter der Mauer, ne? Ich bin ohmächtig hinter der Mauer. Müsste mal bitte schon gucken. Ich bin schon an dem blauen Tor weiter vorbeigelaufen. Hattest du einen grünen Rucksack? Marvin, willst du wieder? Nein, nein, ich hab einen Militärrucksack. Nein, immer noch nicht. Dann bist du tot. Nein. Okay, jetzt hat mich hier jemand... Wer hat... Oh, der hat nochmal... Der ist an mir, der lootet mich. Der hat mich gerade erschossen, weil ich wieder aufgewacht bin. Ich hab ein schwarzes Barrett auf. Jetzt bin ich tot. Der lootet mich. Weiß nicht, wo ihr seid. Ich bin hinter der Mauer und schon am blauen Tor vorbei. Sollen wir uns in Gorka treffen? Versuch doch nochmal einen Salinenbeck auf mir rausziehen. Ich hab den zwei gegeben, ich hab nicht mehr. Ich hab deine zwei noch nicht. Ich seh ihn, der steht noch an mir. Bei mir drin. Also hier oben am Hügel ist auch noch einer. Du hast mich auch bandagiert. Ja, hab ich. Erst bandagiert und dann beide Medikits gegeben. Ja, dann tu nochmal meine beiden ran. Jetzt rennt er weg von mir. Du hast nur zwei. Ja. Der kommt aus dem Wald. 100 pro. Ey, ich lebe sicher. Bleib gedeckt. Bewegt sich einfach keinen Meter am besten. Toll, der kommt jetzt noch ein anderer wahrscheinlich. Manu? Wo bist du? Derrick, wo bist du am Tor? Weiter oben. Äh, hochgelaufen. Also weiter. Er läuft hoch, er läuft hoch. Wer läuft da hoch? Das ist der Schwarz. Das ist der Spieler. Das ist der Spieler. Ich, ich lauf auch grad hier hoch. Ich umlauf das grad. Du hast ein schwarzes Barrett? Nein, das ist der Gegner. Das schwarze Barrett. Ich hab ne schwarzen Cowboyhut. Einer läuft hinter euch. Einer läuft hinter euch. Ich komm jetzt in eure Richtung gerannt. Ey, Leute, ich sag mal jetzt nix, was die bei mir wieder gemacht haben. Also ich lieg immer noch, ich lieg immer noch rum am Berg. Der kommt jetzt hinter den Mauern. Ich bin jetzt hinter ihm. Nein, nein. So. Tot. Meine Beine sind gebrochen. Oh, ja. Bleib gedeckt, was er kaputt gemacht hat. Erik, bist du richtig tot? Ja, ich bin schon tot. Der stand vor mir, ich bin wieder aufgewacht und schon schießt er auf mich. So schnell konnte ich gar nicht schießen. Er ist im Wald rein bei dir, ihr seht jetzt rechts. Er ist von der Mauer aus rechts in den Wald rein. Ja, ich bin noch nicht im Wald. Ich bin nicht im Wald. Ich bin oben am Rügel. Fuck, der kommt hinten aus dem Wald, ne? Kann ja anders sein. Marvin? Ja. Bleibt da liegen, bitte. Es ist, ich bin in den Camus. Robin, wo bist du? Ich seh da jemand mit nem grünen Backpack. Ja, der sitzt da hinten im Wald, ne? Der krabbelt da, oben auf dem Pügel drauf. Das bin ich. Du meinst Hunting Backpack, oder? Ja, und ne Mütze. Wenn ich jetzt flinke, einfach nur renne. Du bist ein Kamishobo gespawnt, ne? Gerade an so ner Mauer, ne? Ja, richtig. Wo bist du? Ich bin in MCAT. Mister? Glaub ich. Ja. Ich muss mal kurz die Dings aufmachen, eben bei. Und der Gegner sitzt da hinten in der Tanne. Ich hab mich jetzt wieder gefixt. Robin, weißt du, wo ich hinguck? Äh, warte. Der sitzt da hinten in der Tanne. Nee, ich seh, Mister, da bist du ja. Komm mal wieder zu der Mauer hin. Halt, 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 hab ich gesehen. Er ist rechts von euch. Ich lauf einfach mal hin. Ich lauf einfach mal hin. Ich hab Lichtungen Zolnishni und dann lauf ich langsam bis da, oder? Oder soll ich keiner nach Dolina? Ich glaub, der weiß, wo ich bin. Dann komm ich nach Dolina. Er sitzt hinten an so nem Hochstand, an so nem grünen Hochstand am Zaun sitzt der. Der Typ. Okay, den meine ich nicht. Bitte knallt den ab. An einem Hochstand am Zaun sitzt der. Hat grad voll auf mich geguckt. Scheiße. Oh, der schießt auch nicht. Der schießt. Kann ja sein, dass ein Spieler uns fertig macht. Ja, weil er sich bewegt und wir krabbeln. Ach, ohmächtig, scheiße. Deswegen will man laufen. Ich bin ja gelaufen. Der hat mich trotzdem, weil ich ihn gar nicht gesehen hab, weil der von hinten kam. Und wir uns auf den Hügel konzentriert haben. Ich weiß gar nicht, wo der überhaupt ist. Du weißt, wo ich aber bin, ne? Ja. Und du was weiß ich. Okay, vielleicht kommt der gleich dahin und will mich looten. Ja, aber ich seh dich nicht mehr, weil du dann hinter den Hügel gegangen bist. Oh, ich bin wieder und rach. Ach, ihr seid schon bei ganzem Schild. Pass auf. Rein, weg. Rein, weg, rein, weg. Nicht weg, rein, nicht weg, rein. Ey, der trifft ja dich aber nicht. Sonst setzt wir noch einen Schutz. Oh, dass ich noch Reis hab. Ich ess das Reis eben auch, damit mein Healing steht und dann... Ach, was? Ich bin wieder hinter der Mauer. Ja, aber wenn wir aber zu dritt oder so lang laufen, so wie Marvin und ich... Ja, weil wir getrennt gelaufen sind. Alle. Das war das Problem. Wie gestern. Ja. Aber wir können auch... Wir können ja auch nie alle zusammen laufen. Ja, man muss halt aber reinlaufen. Das ist halt das. Der hat das Problem ist, der kommt ja von einer ganz anderen Seite. Wir haben uns auf eine ganz andere Seite konzentriert. Weißt du? Der, der jetzt kam, der wird schon vom... Das wird ein zweiter Spieler sein. Einer liegt oben auf dem Platz immer noch, der auf uns gesammelt hat. Das ist schon richtig. Nee, da liegt... Da oben auf dem Berg liegt keiner mehr. Da war ich... Nee, da hab ich auch keinen gesehen. Also von der einen Seite. Der ist runtergelaufen. Er hat so einen grünen Backpack auf. Also kein Hunting-Backpack, sondern... Ich bin aber schon weggelaufen. Der kommt gleich bestimmt. Der hat ein schwarzes Barrett auf. Ja, genau. Nee, ich meine, der hat einen Helm auch. Das ist ein anderer, der hat sich nicht gelootet, den ich meine. Die sind zu zweit. Der ich meine, der hat einen grünen Rucksack und einen Helm, glaube ich. Nee, nichts mehr, ne? Haltet einfach den Hügel im Auge, wo ich liege. Vielleicht kommt der gleich dahin und lootet, wirst du? Der will mich bestimmt erstmal looten. Ich bin jetzt schon ganz oben an der Spitze von den Mauern. Ganz, ganz oben. Wo ist Robin überhaupt? Ich bin auf der anderen Seite. Also auf der anderen Seite Röllbahn. Dann rumgelaufen? Da oben, das müsste es, könnte ich sie sein. Die Antibiotika sind auch alluriniert, aber ich habe zum Glück noch Stöcke. Aus den kaputten Stöcken. Ah, ich sehe, da bin ich lang drauf. Das weiß ich sogar. Das ist nur zwei. Einer, ne Mosin. Ja, der ist nicht gelutet. Ich bin immer nur energised und migrated. Ach, sind zwei mit der Mosin. Bin das Toron, ja. Bist du noch? Ja, ich habe nur Farbe verloren. Kein Blut, kein Nix. Na doch, Blut schon. Ich muss kurz mal eine View umstellen. Ich habe mich jetzt zurückgezogen, ein bisschen. Die sind irgendwie, wenn du hinter der Mauer bist, wo ich dich nicht gesehen habe, dann irgendwie 10 oder 20, 30 Meter weiter zum Airfielding, als wenn du zum Airfielding guckst, dann liegen die da in den Tannen. Ja, dann liegt er bestimmt noch da, wo... Ja, ich sehe einen da hinten laufen. Also ich bin noch hinter der Mauer, ne? Ich sehe nur einen in der Tannen. Einer ist da gelaufen. Ich glaube, der will euch von hinten. Ja, der läuft da hinten. Wohin? Was denn? Der rennt jetzt, ähm... Ja, der ist Richtung Hangar gewandt. Ach, der bin ich ja gar nicht mehr. Der kann sein, dass der jetzt dann von euch von der Seite kommt, bitte. Bin gar nicht am Hangar, ne? Sind doch viel bei zwei. Der versucht, mich zu looten. Ich bin aber schon weggelaufen. Wo bist du denn jetzt mal? Eben, mach doch mal mit. Ihr wisst doch, links runter, da, wo wir uns mal ausgelockt haben an diesem Feld, da liege ich irgendwo in der Zanne sollen. Ich traue mich jetzt nichts zu essen, weil er hört mich damit. Ja, du, mach einfach mit, ihr müsst sich abschießen und nichts essen jetzt. Jeder will in der Raum, das ist... Wer ist das? Bin ich. Ja, stimmt, stimmt, das bist du. Du bist ganz in der Nähe von denen. Wo robt der denn? Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Er kommt auf die hinter dir. Er will nicht Teebeuteln, pass auf. Bist du? Ach, scheiße. Du bist doch immer wohl mächtig. Scheiße. Ich seh' dich weiter. Scheiße. Ja, wenn du pecherst. Ich dachte, die waren vor mir. Wenn du pecherst, tauchst du dir jetzt die Axt um die Rübe. Dann waren jetzt sind da sogar drei, weil einer hab ich irgendwo gelaufen. Robin, wo bist du? Unten lief ja noch einer. Der Marvin muss auch mal mit in die Nähe. Komm, Marvin, knall sie ab. Warte! Äh, ich bin, ich hab immer... Einer ist tot, einer ist tot. Yeah. Bist du an diesem Hochstand, Robin? Warte, nee. An diesem Hochstand? Der eine ist tot, der andere rennt jetzt. Du schießt, ne? Ja. Bist du hinter der Mauer, bist du? Ja, auf der anderen Seite. Okay, dann siehst du mich gleich von rechts laufen, auf den Berg rauf. Seid vorsichtig, da unten ist noch einer. Grün Rucksack. Ich lauf jetzt rechts auf den Berg hoch. Nee, den einen grünen Rucksack, der ist jetzt gerannt. Ich lauf jetzt rechts auf den Berg hoch. Nee, nicht den, der bei mir da oben war, ja, sondern weiter unten war noch einer, der Richtung Angers gelaufen ist. Ja, ich schieße jetzt erst noch gar keiner. Ich verliere uns einen Überblick. Bist du mich? Nee, ich muss mich hier erst mal verküssen. Wenn da noch einer ist, dann, der mich garantiert gehört. Was? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich zu euch laufen soll. Du hast so die beiden geworfen, oder? Nee, nee, ich hab mir, äh, was gemacht. Ich hab jetzt noch vier bandagierte Dinger. Ja, ich bin jetzt oben geil an den, an den Bäumen. Bin ich jetzt oben? Ich lauf jetzt noch nur dieser Bohr. Vielleicht siehst du, da müsstest du zwei Leichen singen. Was ist das für ein Ort? Hä? Bis zum blauen Tor ist alles safe, oder? Nicht alles, da war einer mit dem Rucksack. Kulga, ah. Scheiße. Dann auch ganz unten. Leute, da war gerade ein M4. Mit Gott geschossen. Boah, wer schießt mit dem M4 gerade? Da ist hier noch einer, oder was? Boah. Boah. Alter, das geht uns wieder. Nee, der hat wahrscheinlich nicht Nils. Ich schieße, ich schieße, ich schieße, das bin alles. Ach so. Das kann doch nicht Nils sein. Ja, ich schieße hier hinten. Ich hab übelst Dauer vorher gemacht. Der sitzt hier, lockt sich grad aus, ne? Ja, ich schieße. Ich schieße hier. Ich schieße hier schon wie Sau. Alter, Sau. Der oben ist der Tod. Kannst den looten. Komm, einen hochgelaufen zum Berg. Komm, einen hochgelaufen, bitte. Ja, ich komme. Wie lange ist denn nur wie Sauboa? Wo ist denn, wo sitzt der denn? Wo sitzt der denn? Ach, ich seh ihn, ich seh ihn. Hier oben beim Baum. Wo bist du? Nee, das ist wer anders. Das ist wer anders. Du? Ich lauf grad oben im Kreis. Ja, ja, ja. Mach mal QE. Mach mal QE, QE. Mach mal QE, QE. Ja, ich seh dich. Mach ich, oder? Ja, 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 ich seh dich. Ich seh dich von weiter weg. Und wo ist der Typ jetzt? Okay, und hier sitzt der Typ. Wie sitzt du? Ich seh einen. Ich krieg ihn nicht tot. Ich krieg ihn nicht tot. Kannst du ihn looten? Dann ist er vielleicht tot. Der ist schon, der ist schon tot. Ich lauf grad auf. Hat der ein großes grünes Backpack? Wisst du das? Ja. Große, grünes Backpack und schwarzen Dings. Aber ich muss nachladen. Aber ich trau mich gar nicht nachzumachen. Das war cool. Signatur-Check-Time dauert. Ja. Nein, WTF! Geh bitte einer hoch! Ich bin oben. Wo ist der Typ denn? Oh Gott. Bin ich von der Nähe. Da wo ich stehe. Aber nicht auf mich schießen. Ich wurde angeschossen. Ich wurde angeschossen. Jetzt schon wieder? Auf die Beine! Was? Beine wieder kaputt. Oh ne! Wo ist der? Ich hab nen Krampf ey. Okay. Ich bin noch rohmächtig. Ich bin noch rohmächtig. Muss ich der sie ausmachen oder was? Wir nehmen den Signatur-Check. Scheiße! Ey! Meine Bandagen sind alle kaputt. Wer lebt den jetzt eigentlich noch? Ich? Nur rohmächtig. Und irgendwer der noch laufen kann? Ich hab dich nicht gesehen, Isi. Ich war ganz oben auf dem Berg. Ich stand hinter dem, hab geschossen. 40, 50 Schuss, aber... Ja, der Robin, der weiß, was ich nicht rufe. Bin gerade unterwegs nach Navisabor. Dann nach Star-Visabor. Von da aus dann... Ding schließen. Dann reine ich jetzt zu deiner Leiche hin. Ja, ist da bei mir? Ah, ich bin da oben, da wo Erik ist. Äh, wo Manu ist. Hast du Bandagen noch, Manu? Weil ich verblute gerade. Hast du mal mitgekriegt, dass ich rausconnected bin? Ja. Ich meine, wenn du dann wieder... Doch, das weiß ich. Selin Beck hab ich in der Tasche. Hab ich auch. Ich weiß ja selber nicht, was er mit mir ist. Vielleicht bin ich ja jetzt tot. Nein. Mich da nicht wüsste. Ich war ja neben dir. Ach, der Typ, der Typ, der liegt direkt auf mir, ne? Ja, das kann sein, deswegen hab ich nicht noch mal geschossen. Ähnlich. Ich weiß nicht. Ein perverser. Und die Zähnlichkeit hochgedreht. Das sehe ich nicht da liegen. Redophiler. Ich versuche jetzt zu dir zu kommen. Es kann nicht sein, ich stand hinter dem, ich hab dem, wo der sitzt. Jetzt kam das nicht an, oder was? Kann ich meine Hosen zerreißen? Nein. Nein, nur T-Shirts. Wenn du draufkommst, dann, äh, direkt in die Tonne. Scheiße, ey. Wenn du so ein Glück hast, wie ich wüsste jetzt einfach umgekehrt. Ich glaub, ich seh dich. Mich? Ja. Ja, dann bin ich bei der richtigen Weiche. Ja, du bist noch weit entfernt von der Weiche, ne? Ja, ja, ja. Bist du da gerade? Jetzt bist du an der Tannen? Bist du an der Tannen? Bist du an der Tannen? Bist du das hier? Ja, ja, genau. Und ich weiß nicht, welche von meiner. Bist du in Tannen? Keine Ahnung. Bist du an der Tannen? Bist du an der Tannen? Ja, das ist ein Tannen. Ah, das bist du. Bist du an der Tannen? Bist du an der Tannen? Ich bin an der Tannen. Ich bin, wenn du runter aufs Erfels guckst, rechts, auch zwischen Tannen. Oder Manu, da bin ich irgendwo an der Tannen. Äh, ich bin an der Tannen. Du musst mich nicht einfach die Blutung stoppen. Wurzest du erschossen oder bist du einfach gekippt? Äh, das blute ich erstmal. Ja. Ich bin extrem durstig. Warum hast du denn nochmal geblutet? Ja, weil ich angeschossen wurde. Wir brauchen mehr Blutkonserven, Jungs. Ja, das stimmt. Also beim nächsten Mal machen wir es vorher so, wir nehmen uns vorher alle 10 Stunden das Blut ab. Och, mei. Und wenn jeder den ganzen Rucksack voller Blutkonserven hat, dann gehen wir wieder los. Dann sind die Ruinen, dann war's das. Ja. Ist wer da? Ja. Bringt alles nix. Okay. Wo sind wir hin? Recht, wenn ihr aufs Rolfeld guckt, wo ich bin. Guck mal bitte, wo ich bin. Oder wo? Wenn, 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 aufs Rolfeld guckt rechts, dann kann immer noch um auf dem Hügel. Da liege ich. Warum kommen wir nicht mehr rein? Ja, wenn ihr aufs Rolfeld rechts guckt. Boah. Erik, was machst du? Ich lauf heute Richtung R. Ich seh sowieso noch alle schwarz-weiß. Ich lauf grad nach Dolina. So komplett schwarz-weiß, richtig dunkel schwarz-weiß? Ja. Ja. Ja.